Hey Leute und damit willkommen zu der nächsten Folge der 100€ Midigames Turniere. Heute machen wir ein 100€ Speedrun Turnier. 100 Spieler treten im Duell gegeneinander an. Als erstes haben wir direkt hier den Dynamics Speedrun. Wer immer als erstes ins Ziel kommt, der ist im großen Finale. Creator Code? Jo Jonas. Und hier ist schon mal die Frage, wie weit werden wir jetzt hier kommen? Nein! Oh je, wir verkacken direkt, aber doch ist es nicht vorbei. Mal schauen, wir springen nach vorne, wir springen nach vorne. Ey, man darf sich nicht angreifen. Man darf sich in allen Speedruns nicht angreifen, ganz wichtig. Ey! Oh mein Gott. Ja gut, perfekt. So, wir starten rein in die zweite Runde. Jetzt haben wir alle einen Karl-Run. Oh mein Gott, ich bin direkt hängen geblieben. Hier dürfen wir alle unser Gadget benutzen. Am Ende gilt wieder, wer als erstes am Ziel ist, der kommt hier weiter. Ist im großen Finale. Oh mein Gott, wir sind schon mal richtig weit hinten dran. Nein, ich bin startlich verkackt. Hast du einen Tipp für mich, wie ich die Gadgets nutzen soll? Muss ich mir die aufheben? Also es gibt eine Abkürzung. Also es gibt zwei, wo man es nutzen muss. Okay, okay, okay. Also hier, das war zum Beispiel auch die Abkürzung. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe es mal gelassen, es hier eine Abkürzung zu nehmen. Ich gehe jetzt mal weiter jetzt. Ich glaube, es gibt drei Abkürzungen. Nein, ich bin wieder an der Wand hängen geblieben. Lol, diese Ops sind sich richtig weit. Okay, ich muss eigentlich jetzt auch noch Abkürzung nehmen. Kommen, das machen alle. Ich mache es einfach hier nach. Yes, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt nicht mehr letzter. Sehr gut. Jetzt auch die Stacheln gut timen, bitte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin gar nicht mal so schlecht dabei jetzt sogar. Ich überhole jetzt auch einige. Das war eigentlich auch ein gutes Jump-Hit. Sehr geil. Also hier an der Stelle würde ich empfehlen, zu healen, weil sonst ist man sehr schön tot. Ich habe keinen Heal. Wie soll ich den healen? Einfach healen. Ach so. Ich weiß, was ist zu meins. Ich bin getötet worden. Was? Ich will schauen zu, wer gewinnt. Ist der schon im Ziel da vorne oder wann ist das Ziel? Wo ist der? Der ist da vorne. Nee, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist da. Also es wird eh gleich kommen. Wo ist denn das Ziel? Ich check das gerade gar nicht. Also nach dem roten Teleport. Ja, hier, wo ich jetzt bin. Da, da, da. Ich sehe es gerade. Ich sehe es, was ich immerhin habe, wer gewinnt. Wer hat es gewonnen? Er hat gewonnen. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Nee. Also das bist du, Max, oder? Ja, das bin ich. Hast du jetzt gewonnen? Ja, aber lass ihn ins Finale einziehen. Also ich war wieder erst da. Oder es wurde jemand gekillt. Ich weiß nicht. Kann auch sein, dass von davor welchen sie waren. Wir schauen uns gerade mal kurz die Wiederholung an. Ich will sehen, was da passiert ist. Wieso ich gestorben... Aber es war so dumm, ne? Die sind einfach so schnell weiter und haben ja überhaupt nicht nachgedacht, wahrscheinlich. So, da sehen wir nur die Stelle. Hier. Das sind einfach alle auf dem Haufen und die haben einfach zwei auf einmal umgebracht, Junge. Ja, Maximal lost. Okay. Das war es komplett an der Stelle. Zwei von acht Leuten dann schon mal im Finale. Also ich in Max sind halt schon mal natürlich safe drin, weil anders geht es natürlich nicht. Wir sind im dritten Speedrun und jetzt gilt, wir haben sogar jetzt eine B, die uns aufhalten darf. Die darf auf uns draufschießen. Ansonsten ist alles wie vorher. Oh mein Gott, ich muss nur aufpassen, ey. Okay, wer das erste am Ziel ist, ist mal wieder im Finale. Die ersten zwei stehen schon fest. Oh Gott, ey. Jetzt sind wir halt extrem vorsichtig gewesen, aber sind deswegen auch extrem weit hinten. Aber der erste ist raus, sehr geil. Der erste ist raus, okay. Jetzt war außen. Oh mein Gott. Vor allem aufachten, wenn der Schuss aufgeladen ist, denn dann ist man direkt mit einem einzigen Schuss tot. Und auch die Jump-Its, nein! Das ist ein saugefährlich. Okay, jetzt die Frage, wer kommt ins Finale, wer kommt weiter? Also gerade ist IG Helfer, oh mein Gott, er war viel zu aggress... Oh, Junge, da nimmst du jetzt alle weg. Nein! Oh mein Gott, aber die überleben das teilweise. Dürfen die das mit dem Schild? Ja, das Schild darf man. Achso, Leute, ich will ich auch nehmen sollen. Ich höre es gar nicht. Ja, eigentlich bin ich das vier davon, aber nicht benutzen. Das geht schon, aber das vier nicht weiter. Wo ist denn das Ziel? Da vorne? Am Ende gewinnt noch derjenige, der einfach überlebt. Pass auf. Die sterben einfach alle gerade. Oh, Junge, ist nur noch vier übrig. Nein, der stimmt auch, der stimmt auch. Oh nein, der stimmt nicht. Oh mein Gott, wer ist im Finale? Oh, aber irgendeiner wird es durchkommen, sie alle rennen. Oh, der hat auch Pesch gehabt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, Gladwell Josh hat es. Ich glaube, der hat es. Ja, der hat es. Boah. Ey, das war bisher, finde ich, die geilste Folge. Okay, vierte von acht Runden. Jetzt sind wir alle Frank und es gibt ein Gale, mal wieder Max, und wir müssen hier wieder alle ins Ziel kommen. Der wird uns jetzt hier verlangsamen und irgendwie versuchen, aufzuhalten. Wir sind jetzt hier so ein bisschen im Pulk und versuchen... Oh mein Gott, das ist ein Jump. Ich bin einfach letzter. Worauf kommst du an bei diesem Speed? Und was musst du machen? Überleben ist vor allem wichtig. Ich versuche nicht, zurückgeworfen zu werden, weil sonst ist man ganz schnell, ganz weit hin. Ja, ich bin gar nicht mal so schlecht dabei jetzt gerade, außer du drehst mich jetzt. Nee, ich bin letzt drei, ich war gerade eben noch letzter. Jetzt dodgisch hier nochmal genau. Jetzt nicht mich treffen, bitte. Hey, ich bin übel gut dabei. Ich glaube, gerade die Jumpers können jetzt aber sehr schwierig werden. Mal schauen, wir versuchen so ein bisschen zu dodgchen. Let's go. Ich bin erster! Das muss jetzt pro Jentro. Ich war erster, ich bin letzter. Was? Ja, das ist der Sinn von diesem Run. Oh, okay, das ist geil, das ist geil. Aber das... Oh mein Gott, ich glaube, ich bin dritter jetzt wieder. Ey, das ist ja so ein... Das ist richtig geil. Also das ist... Ey, das sind geile Runs. Der ist erster, den musst du aufhalten. Halt den auf. Ah, du kommst mal die Holze zu spät, weil ich verkehrt habe. Schnell, schnell, halt den auf. Oh mein Gott. Der tut Gadget. Nein. Gadget. Oh mein Gott, ich kann erster werden, ich kann erster werden. Babypiper, komm wieder. Hat er das gewonnen? Er ist gestorben! Oh mein Gott. Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen. Oh, da hat irgendwer... Ja, da hat jemand erholt gesetzt, aber egal. Ey! Ach, Digger. Äh, wer hat denn jetzt gewonnen? Also, ich zähle ja nicht. Ich zähle Babypiper, er hat mir gewonnen, aber ich hab gekillt, weil er halt nicht nur Papier hatte. Okay, also sag du, wer gewonnen hat. Dann schreibe ich ihn auf. Ich hätte Babypiper gewonnen. Dann schreibe ich ihn auf. Oh, doch, er ist drin. Er hat freigeschacht. Echt? Wer ist das? Kennst du ihn? Wizard, Wizard. Der ist geistkranke Darryl. Lol, oh mein Gott. Ist das so ein Profi, oder was? Ja, das ist ein Pro. Der hat das gefühllich schwersten Darryl-Z-Skill. Okay, dann bin ich jetzt echt gespannt, damit er das so ein Save gewinnt hat. Welches Gadget ist immer? Ist egal. Auch das Schild am besten, oder? Also, am besten HP und Schild, damit man nicht stirbt, weil man sollte nicht sterben. Und Gadget würde ich empfehlen, Rückstoß, Rotator, damit man die Old besser aufbaut. Ja, ja, ich hab's mal gemacht. Ich hab's mal gemacht. Okay, wir haben jetzt einen Darryl-Run. Wir sind auf zwei Seiten sogar, ne? Ja, es gespiegelt, damit man mehr Platz hat. Oh Gott. Das heißt aber, da bin ich wahrscheinlich am Ende letzt. Oh nein, ich bin schon mal drin. Okay, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin alles zurück. Zack. Hä, ich bin richtig gut dabei. Ich bin der allererste. Ich bin auch auf den Jump. Oh nein, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ah, du bist auch bei mir. Dann kannst du mir sagen, ich muss eher, ich muss darüber, ne? Was hast du gemacht? Nein, ich bin wie auf Trump gekommen. Ich mach jetzt mal so. Alles richtig? Okay, das ist ja absolut falsch. Aber ich kann nicht anschießen wieder. Mal schauen. Oh mein Gott. Aber immerhin bin ich schon mal eine Station weitergekommen. Aber wie geht denn das jetzt von dort aus? Aber Musa, nein. Hat diese Stelle geschafft. Jetzt. Hä? Ja, ich hab's geschafft. Wie soll ich denn da hinkommen? Man muss halt diese Stube schaffen. Aber da sind ganz viele bei mir. Hä? Da sind ganz viele. Die sind alle dabei. Ich check's gar nicht mehr. Oh, ich hab's fast angekillt gerade. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Hä? Jetzt gemacht's? Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Ist das Ziel? Nee, das Ziel ist in der Mitte. Hä? Wo ist das Ziel? Oh, Wizard ist ganz kurz vorm Ziel. Wo ist das Ziel? Fußball King ist da, ne? Oh mein Gott, was ist da? Sind die beide im Ziel? Ich glaube beide. Hä? Ist das Ziel? Also, wir sind beide in der Mitte, oder? Ich weiß nicht, was das Ziel ist, ehrlich gesagt. Ja, beide. Ah, okay, Leute. Und wer hat das gewonnen, ist die Frage? Wer schnell an dem Ziel war. Ja, klar. Aber ich weiß nicht, wer das war. Wir holen uns mal schon. Gleichzeitig. Oh mein Gott. Ihr müsst euch mal umbringen, bitte einmal. So, also hier sehen wir jetzt mal hier. Okay, wer hat das Ganze gewonnen? Wir haben Wizard gegen Fußball King. Das Ziel ist... Äh, wo ist denn das Ziel? Ist in diesem Ding drin? Oh mein Gott. Lol. Okay, Sekunde mal zurück. Also, da sehen wir nochmal. Wizard holt auf, dann sind die beiden gleich auf. Und jetzt ist die Frage, wer ist hier zuerst? Dann scheitern beide und dann rollen beide gleichzeitig ins Ziel. Ich... Boah. Fußball King nach vorne. Aus meiner Sicht. Also vom... vom Namen, wenn man drauf achtet, was... was vorne stand. Kann auch mal auf die Rolle achten. Ja, Fußball King ist da zuerst gerollt. Ja, ja, da sind auch alle rein. Gerade noch mal die Wiederholung, aber man sieht es noch einmal hier, ne? Ja, da sieht man, wer ist auch zuerst losgerollt. Logisch gesehen, müsste er zuerst im Ziel gewesen sein. Okay, wir haben jetzt hier einen ganz klassischen Bus Run. Habe ich verkackt? Ach, ich muss über die seitlichen Wände, oder wie? Hä? Ja, aber muss ich nicht. Ah. Okay, jetzt habe ich es. Oh mein Gott, okay. Runde 6 von 18 wird es, glaube ich, inzwischen. Mal schauen. Ich kann auch theoretisch... Ich muss mein Gadget eigentlich nutzen. Das geht nicht anders. Ich werde nicht automatisch das auf. Yes! Oh, ich bin gerade noch mitgegangen. Sehr geil. Oh mein Gott, okay. Wir sind im Rennen auf jeden Fall. Hä, wie sind vier Leute gestorben? Ich habe keine Ahnung. Am Anfang ist es immer so, dass so alle auf einmal schießen und dann... Ich kann manchmal... Wir sind eigentlich ganz... Oh, lass es zurück! Es gibt halt so viele Leute, die es gar nicht aufmachen. Ja, da musst du echt aufpassen, Leute. Ich schau gerade mal. Also jetzt. Yes! Ich bin weiter. Ich bin weiter. Ich bin weiter. Nein, Thomas, was? Wo ist denn das Ziel? In der Mitte? Da hinten, oder wo? Ja, ganz in der Mitte. Okay, okay. Hä, wie komme ich denn jetzt hier? Okay, nee, da geht es noch weiter. Oh mein Gott. Also ich bin, glaube ich, aktuell auf Platz 4 von 6 Leuten, sollte ich sein. Also in 2... Oh Leute, was ist ein Jumping? Ich habe es einfach übersehen. Bin ich dumm? Ich hätte auch drauf gehen sollen. Nein, nein, nein. Ich muss dich retten. Oh mein Gott. Ich muss erst mal... Nein! So, okay. Wer gewinnt, wer gewinnt, wer gewinnt. Du bist auch gestorben. Du bist auch gekillt, Max. Ja, ich bin tot. Hat Asta denn gekillt, oder was war das denn jetzt für ein Finale? Asta hat eben einen gekillt und ich weiß es nicht, ich bin jetzt eigentlich gekillt. Sollen wir die Runde mal wiederholen vielleicht? Es sind halt so extrem viele Leute gestorben, Max. Ich schau mal ganz kurz wiederholen. Wir müssen die Runde fast wiederholen. Das ist die erste Runde, wir, glaube ich, wiederholen müssen. Ja, ja, ich schreibe jetzt schon Light rein. Lass mich ganz kurz mal schauen. Da war der erste tot, da war der zweite tot. Ja, nee, nee, das sind zu viele. Und er ändert auch noch... Wir machen Wiederholung. Okay, neue Wiederholung. Also, es wurden zu viele gekillt. Wir sehen jetzt, glaube ich, auch warum. Okay, wir gehen erst mal ein bisschen aus dem Weg. Ich glaube, es schafft keiner rüber zu kommen, dann. Es schafft keiner rüber. Oh mein Gott. Nicht killen, Leute. Nicht killen, bitte. Es schafft überhaupt keiner rüber. Das gibt es doch gar nicht. Okay, Leute, alle nicht zur Giere. Geht bei einer... Ja, let's go, let's go. Jetzt kann ich rüber. Yes, ich bin auch rüber. Ich bin auch rüber. So. Nein, ich hab verkackt. Ich hätte fast gekillt. Nicht, 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 nicht. Pass auf. Oh mein Gott. Es sind halt alle auf... Wie dumm. Er gönnt aber nicht. Er geht nicht zur Seite. Nein, jetzt bin ich komplett lost reingelaufen. Nicht killen, nicht killen. Nein, ich bin fast letzter. Die ohne sieht nicht so gut für mich aus. Nein, jetzt ist es ganz schlecht aus für mich. Oh mein Gott. Ich glaube, er hat es noch geschafft. Er hat es, glaube ich, noch geschafft. Ich glaube, ich gar nicht warten sollen. Ich bin übel dumm, dass ich warte. Nein. Das wäre ja komplett egal. Wer gewinnt die Runde? Das wäre ja komplett fail. Ey, es sind alle total am strugglen. Einer ist schon weiter. Und da hinten kommen schon die Giftwolken. Okay, die Runde ist aber jetzt glaube ich fair gewesen. Oder schafft es aber. Und die anderen werden, glaube ich, jetzt alle sterben eventuell. Ich werde davon weiterkommen bestimmt. Nein, er ist auch gestorben. Wer gewinnt denn jetzt überhaupt dann? Er stirbt auch. Ja, also eigentlich hat er dann gewonnen. Ja, ja. Also der Run war ja mal komplett fail. Es sind einfach alle gestorben. Ja, ich habe keine Ahnung, was da los war. Wir hatten dann gewonnen. Hast du geschaut? Also ich glaube, Noob war am weitesten. Okay. Ja, Noob war. Noob ist recht weg. Siebte von acht Runden. Jetzt kommt der vorletzte in der Spinale. Nein, er nimmt Bull. Er nimmt Bull. Er nimmt Bull. Wie ist es einer Bull genommen? Einer Bull. Einer Bull. Wieso ist auch People eigentlich tot? Absolut. Ich bin. Oh, oh mein Gott. Du hast gekillt. Wie kann ich jetzt überhaupt verschieben? Ich habe das Bullwort alle gekillt, aber ich habe hier nochmal gekillt davon. Das ist auch, dass ich verkacke. Nice, jetzt kann ich... Okay, jetzt ist das nicht verkacken. Ey, ist meine Ult denn jetzt weg? Was ist denn hier ab... Hä? Was ist denn hier abgebrochen? Egal, jetzt ist es teleporten. Let's go. Sehr nice. Ey, nicht hinter dich killen. Egal, es ist auch noch Max. Ist das noch in Ordnung? Geht's hier lang? Oh, voll böse. Ja, das geht ja noch, weil... Weil du kein Teilnehmer bist, meine ich. Kein offizieller. Also falls OP noch reinkommt, kann ich ihn da drin passen, weil er gekillt wurde. Ah, okay. Ich glaube, es wäre besser, wenn ein paar Leute in den T-Porter gehen. Ich gehe jetzt auch mal... Ja, sehr gut. So, ich bin jetzt entschieden. Ey, ey, ey. Ey, du bringst dich um jetzt direkt. Shit. Okay, ich versuch jetzt wieder. Danke, nächste Ult. Oh, ich muss jetzt gut steuern, gut steuern. Oh, ich habe leider kein Feingefühl. Oh mein Gott. Ey, das ist so schwierig. Okay, er kann das, glaube ich. Ich habe es geschafft. Midosaku mit auch nicht. Oh mein Gott. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ich bin noch drin. Oh, es ist nur noch einer als Gegner. So gut. Das Feingefühl. Oh mein Gott. Ich bin so schlecht. Aber jetzt nicht die Abkürzung nehmen. Ja, okay, okay, okay. Ja, gut, eigentlich ist es verkackt gehabt an der Stelle. Nein, ich habe nicht teleportet. Ich habe mich einfach nicht teleportet. Ich bin so... Oh, ich habe ihn gekillt. Egal, GG ist an ihn. Nee, sowieso gewonnen. War ja ein geiles Finish. Erst verkack ich und dann kille ich den einfach noch. Okay, eine Runde haben wir noch vor dem Finale. Die letzte Runde vor dem Finale. Das ist einfach mein Mate, die ganzen Curpflü... Oh mein Gott, ich muss los. Nein, Gott, ich habe es geschafft. Ey, was mache ich? Ich bin ja so... Was mache ich denn? Oh mein Gott. Ich habe einfach nicht gecheckt, dass es Jumping nach vorne... Nach hinten gegangen ist, ne? Ich habe noch einen Teleport nicht mehr bekommen. Ich bin so schlecht, Alter. Oh mein Gott. Nein, er hat auch verkackt. Geil. Oh, er ist in den Teleport rein, den ich aktiviert habe. Das ist ja so unfair. Er ist aber jetzt... Er ist gleich wieder hinter mir. Lol, er hat mit dem Gadget mir geholfen. Der hat einfach die Köpfe in meinem... In meinem Dings zerstört. Hä, wo ist mir überhaupt ein Mate hin? Egal, ich gehe einfach rein. Er hat mich gekillt. Ja, ich sehe es. Aber gut, er ist raus auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ey, das ist ja so ein unglaublich nerviger Speedrun. Nein, ich treffe die... Oh Gott, jetzt. Wo ist das Ziel? Nein, mein Mate kommt. Nein. Hier, du killst mich jetzt oder so. Ich gehe jetzt einfach hier. Komm, schnell. Oh mein Gott. Yes. Ist das Ziel? Ich kann nicht zuschauen. Habe ich gewonnen? Ach, wo bist du denn? Ich kann nicht zuschauen, weil mir steht dieser Spieler kein ganzes Ziel. Ich habe, glaube ich, gewonnen. Aber ich fand es eigentlich extremst langsam. Wie kann ich die Runde überhaupt gewonnen haben? Ich war doch so langsam. Ich bin am Anfang auf das Jump jetzt zurück. Dann, auf geht's zum Finale. Quick Wunsch. Nochmal. An alle, die dabei sind. Der Gewinner kriegt 100 Euro Preisgeld. Darf ich Bullspeed nehmen? Ja, oder? Nein, kein Bullspeed. Leute, kein Bullspeed benutzen. Oh, kein Speed. Das ist ganz wichtig. Okay, musst du immer dazu sagen. Okay, wir starten rein ins Finale. Auf Runde 1 von 5. Immer die letzten zwei scheiden jetzt aus. Wir können alle das Gadget drücken. Wer wird jetzt hier gewinnen? Oh mein Gott, das ist so viel Gadget-Geswerbe. Also, ich mache es ein bisschen taktisch. Ich warte mal mit meinem Gadget ab. Mal schauen. Achso, ich und Max ziehen übrigens auch mit. Bei den Leuten, die ausscheiden. Also, wir können es ja nicht ausscheiden. Aber sagen, wenn wir jetzt beide letzter sind, dann ziehen wir mich trotzdem mit. Also, über das 9. Platz 10 scheiden am Ende aus. Also, wir müssen deswegen auch genauso reinschwitzen hier. Oh mein Gott. Ey, wir sind übel gut dabei bisher. Ich habe jedes einzelne Jumphead auch sehr gut gedeutscht bisher. Muss man wirklich sagen. Slow. Oh, das ist aber gemein. Das ist aber richtig gemein. Ey, wir sind fast Erster, glaube ich jetzt. Ach, Kacke, wir müssen springen. Oh, ich war so gut dabei bisher. Oh, ich war so gut dabei. Bisher habe ich bei dem Jumphead verkackt. Oh. Das war auch nicht gut für mich, oder? Doch. Nein, war schlecht. Ich bin weiter weg jetzt. Nein, ich bin aufs Jumphead. Du bist auch aufs Jumphead. Ja, ich habe gerade hart verkackt, ne? Ich sage es dir. Ich war die ganze Zeit gut dabei und dann habe ich das Jumphead einfach gedodged, plötzlich. Ach, das ist schon. Ich slow ist auch nochmal alle. Nein, die Hälfte war gerade nicht in den Büschen. Ich slow die, wie ein so ein Idiot. Egal, 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 okay. Also, ein Gadget hätten wir noch im Notfall. Okay, müssen wir schon mal den Teleporter nehmen. Oh mein Gott. Slow. Sterben die jetzt? Nein, ich werde auch sterben, glaube ich. Nein, die sterben halt wirklich. Nein. Oh mein Gott. Hä? Da sieht man es nochmal. Junge, Adi. Ich hoffe, aber ich bin immer ein bisschen kritisch bei so hohen Spenden, ne? Weil ich halt nie so weiß, woher die sind. Weil ich halt schon mal Zuschauer, die halt von ihren Eltern halt was genommen haben und so. Adi spendet 200 Euro. Und schreibe, diese Spende ist für dich. Junge, WTF, weißt du, wie viel Geld das ist? Ich kann mir einfach einen neuen Fernseher davon kaufen. Oh mein Gott. Ich war gerade dabei, die Alerts zu fixen. Da kommt eine 200 Euro Spende rein. Das ist nicht mal angezeigt worden. Ja, boah. Ach, keine Ahnung, Alter. Max ein Noob, würde ich auch sagen. Ja, Max ein Noob. Also ein Noob ist auf jeden Fall raus, das ist klar. Also kannst ein Noob, würde ich sagen, kicken. Dann ist das einer raus. Also, zweite Runde im Finale. Jetzt geht's drum, wieder die Top 2, äh, die letzten 2 werden ausscheiden. Neun sind auch übrig, weil gerade eben Max auch ganz gut dabei war. Ich würde sagen, auf geht's. Oh mein Gott, alle sind Max. Ich mach das auch mal nicht, Dings. Nein. Ich das Jumpet jetzt nicht kriege, aber ich ver... Ich hab doch kein Gehörter für uns. Oh mein Gott. Also am Anfang ist es nicht gestaut. Am Anfang ist es nicht gestaut. Ja. Komm, Teleport. Nein, wir sind die ganze Zeit hintendran jetzt. Das ist so bitter. Oh mein Gott, ja, die stand auch schon unglücklich. Aber jetzt ist die Frage, wer... Oh mein Gott. Zwei werden ausscheiden. Nein, 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 nein. Boah, vielleicht können wir noch ein bisschen auffolgen. Oh mein Gott, ich müsste hier. Da geht's lang. Ah, ja, dann noch. Ah, jetzt noch nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss Speed machen. Ich darf jetzt nicht ster... Oh mein Gott, ich darf jetzt nicht ster... Oh mein Gott, ich darf jetzt nicht sterben. Oh mein Gott, ich darf jetzt gestorben. Ah, ja. Das ist knapp. Hä, wo sind die denn überhaupt? LOL, ist das eine Abkürzung gewesen? Ich glaube, der erste ist raus. LOL, ist einer noch gekillt worden. Was ist da denn passiert? Ah, wir sind ganz gut im Rennen jetzt hier. Okay, wir sind auf dem achten Platz, aktuell auf dem siebten eigentlich sogar, weil noch einer sollte hinter uns sein, der ist ja komplett nach hinten geworfen worden. Boah, die Frage ist, kann sich Ion auch noch retten? Für den wird's auch schwierig. Stimmt, und wir müssen eigentlich mal auch unsere Ult langsam kriegen. Wie lange brauchen wir überhaupt für die Ult? Oh mein Gott. Jetzt können wir die Ult anziehen. LOL, da sind zwei hinten. Oh mein Gott, was ist da denn passiert? Und wir sind im Ziel. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, die sind beide raus. Wir können ja gerade nochmal schauen, aber einer ist auch gekillt worden, glaube ich. Wir müssen uns gleich mit der Wiederholung anschauen, was da passiert ist. Wer gewinnt die 100 Euro Preisgeld, Leute? Das wird spannend werden. Ich schau mal ganz kurz erstmal die Wiederholung an, weil einer ist auch gestorben. Ach, es... Ah, lol, okay. Also Möbel ist dann als Erster auf jeden Fall raus. Und wer war der andere, der noch raus ist? Dann ist der, der als Letzester im Ziel angekommen ist wahrscheinlich, ne? Als Letzester im Ziel war, ich glaube, Fußball-Krieg. Ja. Oder ist noch einer gestorben? Nee, Fußball-Krieg ist sogar noch gestorben. Ja, okay, also Fußball-Krieg und Möbel sind dann raus. Joga, das ist einfach der dümmste Speedway, den man einfach machen kann mit 8-Bit, weil er so langsam ist. Ja, man ist ja das schnell. Wir machen es immer ein bisschen, sagen wir, der Letzt schadet nochmal aus. Oh mein Gott. Oh, ich bin fast... Okay. Boah, ey, ist so... Muss den Teleport an... Nee, oh mein Gott, ich bin... Ich hab ihn genommen. Wie sie alle weitergehen, mich stehen lassen. Ja, der ist auch einer reingeschoben. Nein, der ist direkt an den Teleport und wieder zu... Oh mein Gott, und der ist nochmal aufs Jumphead. Ich fasse es nicht. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen, Chat? Der ist instant auf den Teleport und wieder zurück und dann ist er nochmal aufs Jumphead. Einfach aus Versehen. Wir sind gut dabei. Wir sind richtig gut dabei. Oh mein Gott. Wir sind richtig gut dabei hier im 8-Bit-Run. Okay, der Letzte schadet aus, hatten wir gesagt. Der Letzte schadet aus. Wer wird rausfliegen? Es ist so langsam einfach. Ich würde irgendwie gerne vorskippen, so ein bisschen. Vom Tempo. Es ist so spannend. Wir sind erst... Nee, wir sind... Okay, da ist einer in uns drin. Ich hab's gar nicht gesehen. Shit, ich bin schlecht. Ich dachte, ich könnte... Als 8-Bit muss man die Dodgen. Das bringt nichts. Als 8-Bit... Oh mein Gott, er hat's auch gemacht. Wir haben auch echt die mieseste Stelle. Aber ich meine, wie lange braucht man bitte, um da jetzt nach vorne zu laufen wieder? Einfach 30 Minuten. Ah, die haben das Jumphead schon ausgelöst. Wir sind einfach jetzt überhaupt nicht mehr gut dabei. Also wir dürfen auf jeden Fall nicht aufs Jumphead kommen, sonst sind wir instant raus. Oh mein Gott. Ich war so gut. Jetzt kommt bitte, nehmen wir noch den Teleporter. Ja! Oh mein Gott. Ich hab gut aufgeholt damit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und das hab ich auch genommen. Sehr gut. Ich kann jetzt die aktivierten Jumphead... Oh, ich bin wieder dabei. Und den anderen nutzen. Boah, das ist so spannend. Nicht reinspringen, nicht reinspringen. Oh, das war jetzt mir zu knapp. Das hat nicht gereicht, glaub ich. Nee, das reicht nicht, Ripp. Oh mein Gott. Aber ich glaube... Okay, ich glaub einer ist... Nee, ist schon einer tot. Wir müssen gleich nochmal checken, der jetzt ausschalten wird am Ende. Oh mein Gott. Wir hören dafür mitlaufen. Nein! Oh, das wäre so typisch, ne? Ich hab gleich bei Josh und J-F-F-G-H-F oder so. Ich hau gleich mal. Ich hau gleich mal. Ja gut, ich hab's eh. Was war das denn? Also wir werden so letzter geworden. So letzter vor... Oh, ich glaub einer war schon eh draußen. Und der letzte war ja eh ausgeschieden. Also wir werden... Wenn wir jetzt richtig im Turnier dabei wären, werden wir jetzt immer noch dabei. So, hast du mitbekommen, wer da... Ist da irgendwer ausgeschieden? Oder ist das da gesehen? Oder ist da in einer Stelle gestorben? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaub, ich seh's gerade. Oh mein Gott. Nee, oder? Da, da war er noch. Er hat dann gefangen. Boah. Ich schau grad noch zu. Ja, ja. Wir fiel mir grad ein bisschen mit. Ja, Juli, ich seh's schon. Er wird ja keine Chance mehr gehabt haben. Oh, Ripp, Jon. Ja, der kann raus. Ja, er ist letzter. Griff. Auf geht's. Wir sind im Halbfinale und wieder scheitert jetzt der Letzte aus. Und jetzt stellt sich die große Frage. Wer wird hier am Ende weiter... Ey, man ist ja so schnell. Oh mein Gott. Nein. Digga. Ich bin nicht der Einzige gewesen. Also, Ivan hat's... Oh mein Gott. Ivan wird's richtig knapp werden. Ivan wird's so Probleme kriegen, bestimmt. Oh, Ivan. Das wird es schwierig werden für dich. Oh je. Okay, wir gehen weiter. Let's go, let's go, let's go. Nice. Oh nein, die Giftfolken kommen doch schon noch so. Heißt die Map nicht Fehler, ist gleich tot? Verheißen. Oh mein Gott, ja, dann hab ich jetzt ein Problem wahrscheinlich, oder? Wo hat man gerade erst? Ich bin ganz wein. Ich bin eben... Oh mein Gott, ja gut, jetzt hab ich wahrscheinlich verkackt. Ja, muss man sich richtig hinscheln, sonst. Digga. Nein. Ich war da mit mir ruhig mal auf die Lande, ich war da mit mir so schnell. Oh, ich bin aber noch nicht raus, ich bin noch nicht raus. Oh, ich bin so gut wie raus. Oh mein Gott. Ich hab einfach komplett verkackt, so wie es aussieht, sehe ich das, oder? Ich will spielen, dass ich gut viermal bauen. Ich hab drei. Das war eine von... Kurz vor meinem Grund nach Platz. Und jetzt hab ich fast 200 und... ...weiß in Kai'se neu gebaut. Ich weiß nicht, was ich machen soll, gerade ehrlich gesagt. Oh mein Gott. Jetzt mal healern. Alter, die Giftwurken kommen so kräftig nahe. Oh, ich kratze noch über... Oh Gott. Schnell! Oh mein Gott. Ja, die anderen sind schon ganz woanders. Ich bin so langsam die Runde gewesen. Hä, wo sind die denn alle? Hä? Ich bin einfach mit Abstand Letzter. Wie schlecht bin ich denn? Hey, wo bist du denn? Ja, ich weiß es auch nicht, wo ich bin. Ah, hier. Nee, da bist du nicht. Ich bin ganz, ganz, ganz weit hinten. Ja, gut, das war's wieder... Ach, Digga, was ist das denn? Ja, komm. Also, das war's wirklich komplett. Also, ich bin wirklich mit so großem Abstand Letzter. Das kann man sich überhaupt nicht geben. Ich bin mal so jump-head schnell. Aber ich bin jetzt noch ein bisschen aufgeholt, oder? Hä, wie weit war ich denn hinten? Die wabels sehen auch mal noch nice aus. Nice, okay. Dann kommen wir jetzt zum Finale. Wir sind im großen Finale. Platz 1 bekommt 100 Euro. Wir haben jetzt einen Speedrun-Labyrinth. Oh mein Gott, okay. Du darfst mich einfach direkt killen. Ich mach einfach nicht mehr gleich ketten. Okay, das ist geil. Du bist der Einzige, der weiß, wie es geht. Ich bin eigentlich gut, aber so ein bisschen los. Ah! Ich folge auf den Vorderen. Ey, das ist ja übel geil gebaut. Es gibt auch mehrere, die man nehmen kann. Das ist nicht der Einzige. Okay. Alter, das ist so geil. Ich glaube, wir laufen eigentlich alle dem Vordersten gerade einfach nach. Ja, das ist wichtig, weil man kennt halt die Wege nicht. Ja, ich habe jetzt einen anderen Weg genommen. Oh mein Gott, ich habe einen anderen Weg genommen. Ich bin jetzt ganz alleine. Kacke, ich glaube, ich habe mich verirrt. Oh nein, oh nein. Einer ist gestorben. Wie ist das einer? Achso, super. Okay. Ich glaube, ich bin aber auch dabei. Habe ich es geschafft? Ja, du bist ein Ziel. Was? Ja gut, egal. Wer ist das Erste geworden? Ich glaube Baby Piper. Ich hätte es einfach geschafft. Ich hätte einfach den besten Weg gefunden. Egal. Wir wiederholen mal kurz. Leute, kein Preisgeld für euch, Kappa? Ne, alles gut. Also schauen wir jetzt, wer es gewonnen hat. Was? Ich habe mich einfach getraut. Ja. So, da sind wir mit der Wiederholung. Und wir sehen, oh, es war so knapp. Und Baby Piper gewinnt aber die 100 Euro Speedway. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Natürlich immer ein Abo da für weitere Browsers-Videos. Und wenn euch das gefallen hat, schau noch gerne im Abstand vorbei. Da sind noch weitere Videos verlinkt. Danke für den krassen Support. Lass gerne Supporter für weitere Browsers-Videos. Haut rein, bis zum nächsten Video. Und ja, ciao.